Hier ist unser Spike, ein wunderhübscher Mischlingsrüde. Er ist ebenfalls sehr freundlich, er läuft auch in der großen Gruppe, ist verträglich, noch sehr verspielt, er ist auch noch kein Jahr alt und tobt halt gerne herum. Auch er muss noch ein bisschen was lernen, Leine gehen und so weiter, das ist ihm alles noch nicht so geläufig. Dafür haben wir leider keine Zeit, aber er ist sehr freundlich, sehr lieb, überhaupt nicht ängstlich und ein sehr hübscher Hund, auch mittelgroß, also so unter 50 cm auf alle Fälle. Und ja, er muss auch kastriert werden, seine Attribute sind doch hier. Oh mein Herr, ja, 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 ist ja schon was. Also im April, kein April Schatz, er wird kastriert. Kleines Spike, so hübsch, so ein hübscher Pupp.